Willkommen auf dem Ettberghof im Herzen des Bayerischen Waldes. Wir sind seit 1995 das Urlaub Zirnitund im niederbayerischen Raum. Unser renovierter und komfortabler Ferienhof bietet Erholung für die ganze Familie. Dabei ist natürlich auch Ihr Feinager Freund mit von der Partie. Wahlweise kann Ihr Hund mit im Apartment oder natürlich auch in einem großzügigen, separaten Klima untergebracht werden. Unser Betreuer Paul Kufner, bekann durch viele Publikationen zum Thema Hund, begleitet Sie und Ihren vierbeinigen Freund beim Erlernen der professionellen Wertensuche. Warte mal. Papierлейon Achso Entstehen Achso ein Beinbuss Uifr 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 Welcher Laureiber Weitläufige Wald- und Wiesenlandraften ergänzen unser Gelände mit mehr als 25 Hektar. Es bietet nicht nur genügend Platz, um ungestört seinen Übungen nachzugehen, sondern ermöglicht auch lange ungestörte Spaziergänge mit Ihrem Hund. Urlaub auf dem Edberghof. Gönnen Sie sich und Ihrem Hund ein unvergessliches Urlaubserlebnis.